So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. einer kleinen GBL-Spezialfolge, ja, was gar nicht so speziell ist. Gestern war Montag, gestern hat, also ich nehme das hier am Dienstag auf, in Woche 2 der YouTube-Sperre, also nicht wundern. Gestern war Montag, gestern hat die GBL gewechselt wieder in die Meisterliga. Jetzt war ich in der GBL so weit, ich wollte ja dieses Mal Rang 20 schaffen für die Top-Lade-TM. Jetzt gab es die Top-Lade-TM, ja schon auf Rang 19. Von Rang 19 auf Rang 20 müsst ihr nicht mal gewinnen, ihr müsst nur 5 Kämpfe machen und steigt dann automatisch auf. Dafür gibt es für jeden Kampf, den ihr gewinnt, aber eine Pokémon-Belohnung. Das fand ich sehr cool, sehr speziell. Ich wollte möglichst viele Pokémon-Belohnungen abgrasen, deswegen dachte ich, ich warte bis die Meisterliga startet, weil in Super und Hyper bin ich komplett lost, in Meister kann ich ein bisschen trumpfen, da ich meistens mit legendären Spiele viel raide, immer auf 100er Suche bin und mit Level 50er legendären wüsstest du ja ein bisschen einen Vorteil haben gegenüber welchen, die jetzt noch nicht Level 50 sind. Ja. Und nicht viel raiden und nicht viel rein-cashen. Ihr erkauft euch sozusagen den Vorteil in der Meisterliga. Wer viel rein-cashet und viele Raids macht, der hat natürlich dann auch ein besseres Team. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ich überhaupt machen wollte. Doch, ich wollte erstmal den Kollegen hier wechseln. Denn ein was, was ich auch ganz wichtig für die GBL nutze, ist das Togekiss, was auch Best Buddy ist. Und ich anlege, da ich schon oft gesehen habe, dass einer mit Togekiss kämpft und ich auch gleichzeitig Togekiss habe. Und es immer besser ist, wenn das dann Best Buddy ist, wenn beide nämlich hochgezogen sind oder auf 100, dann... Naja, wisst ihr, wie das läuft. Keine Ahnung. Dann hat das eigene natürlich noch ein bisschen den Vorteil. Gleichzeitig muss ich an meinem Team auch noch was ändern, denn mein Hyperliga, ach, mein Meisterliga-Team bestand dann immer aus Giratina, das Fliegende, was ich eigentlich immer vorne hatte, aus einem Dialga 98er auf 40 und eben dem Togekiss. Jemand meinte, mach das Togekiss doch mal vorne rein, Spieletrend, pack das auch immer vorne rein. Alles klar, mal gemacht. Togekiss ist auf Level 50, ist Best Buddy, hat diesen Best Buddy Boost, wie ihr seht. Das Giratina lassen wir so wie es ist, da fehlen mir nämlich die XL, aber wir wollen das 98er mit 4000 WP austauschen gegen ein 100er Dialga auf Level 50. Und das ist das allererste Mal, dass ich jetzt mit diesem 100%igen Dialga auf Level 50 in der Meisterliga spiele und erhoffe mir davon, alle 5 Matches zu gewinnen. Ob das wirklich so kommt oder nicht, weiß ich nicht. Das sehen wir jetzt, wir spielen also die ganz normale Meisterliga. Togekiss, Dialga, äh, Giratina. Togekiss, hab ich gesehen, räumt auf jeden Fall gut ab. Äh, musstet ihr natürlich viel brüten. Also das ist nicht mit hier einfach wild ganz viele Fang und Bonbons haben, also Toge, Toge, Tick, ach, Toge, Togepi, musste man einiges brüten. Kostet auch jedes Mal die ganzen Brutmaschinen, den ganzen Mist. Die Dialga ist jetzt am Start und ich freu mich drauf, wenn Giratina irgendwann zurückkommt. Das ist auch ein Pokémon, was ich unbedingt noch als 100%iges haben möchte. Das ist nur ein 98er und dann irgendwann auf 50 ziehen. Wir gehen jetzt mal rein. Wir gucken mal, wie es ausschaut. Hab ja eh nichts zu tun. Während der Sperre kann ich auch ein bisschen rumexperimentieren und versuche mal, ob ich es schaffe, alle 5 Matches zu gewinnen. Zu gucken, wie krass sind die Gegner. Was haben die Gegner überhaupt? Ich hab jetzt schon ewig nicht mehr gespielt. Knackrack ist Boden, okay. Aber wir haben natürlich Charme gegen Drache. Der haut richtig schön rein. Er wechselt auf seinen Metacross. Wir wechseln dann auch mal hier auf unser Giratina. Giratina habe ich dazugelernt, dass gegen Metacross man am besten immer Giratina spielt. Jetzt wäre Spuckball natürlich schon voll gewesen. Aber egal, wir gehen hier auf Drachenklaue. So. Das heißt, er kann ja jetzt eh nicht mehr wechseln. Er ist uns jetzt hier ausgeliefert. Wir können ihn hier schön wegmachen. Wenn er seinen Knackrack zurückholen würde, hätten wir trotzdem einen kleinen Vorteil. Drache gegen Drache und so weiter. Aber unser Zocke-Kiss ist natürlich immer noch am Start. Unbezwingbar, gefühltermaßen. Die meisten starten sowieso mit Drachen oder nehmen Drachen da rein. Seitdem, Kaumalad, Seaday, spielt eigentlich jeder Knackrack, ja. Knackrack siehst du einfach überall. Knackrack ist nicht mehr wegzudenken. Macht er überhaupt noch was? Man könnte denken, der ist eingefroren. Oder er ist vom Stuhl gefallen. Kommt drauf an. Wenn er jetzt schildert, ist er noch da. Wenn er nicht schildert, dann ist wahrscheinlich schon wieder irgendwie die Verbindung abgerissen. Keine Ahnung. Das weiß man bei der Go Battle League nie. Wenn ich schon jetzt sehe, es dauert zwei Jahre, bis der Angriff überhaupt kommt. Kann ich mir schon wieder vorstellen, es gibt irgendwelche Verbindungsprobleme. Deswegen ist der Gegner wahrscheinlich rausgeflogen. Er drückt nicht aktiv auf den Wechsel. Es dauert alles. Es dauert hier, es dauert da. Das heißt, bei mir, es gibt nicht mal... Es macht nicht mal Schaden bei mir. Also das erste Match habe ich auf jeden Fall gewonnen. Mit unlauteren Mitteln. Ja, da gibt es so einen Cheat, ne. Da kann der Gegner nichts mehr machen und ist eingefroren. Da müsst ihr L1 gedrückt halten. Und dann oben, unten, links, rechts. Oben, unten, links, rechts. links, viereck, viereck, kreis, kreis, x, x, dreieck, dreieck. Und dann rückwärtssaldo machen, wie bei Tomb Raider. Ich weiß noch nicht mehr, was genau das war. Ich glaube, das war, um ein Level zu überspringen oder irgendwas. Da gab es doch immer was bei Tomb Raider, oder? Wo man so L1 gedrückt gehalten hat und dann hin und her und bla. Und dann springt man irgendwo lang. Und dann kann man in das nächste Level hüpfen. Ja, das... Übelst die Cheater. Aber ihr seht, wer bei Tomb Raider gecheatet hat, das hat keine Sau interessiert. Die Leute erst mal erstes Level. Okay, erst mal alle Waffen, unendlich Munition. Komm her, du blöder Skorpion. Komm her, du komisches Spinnenteil. Komm her, du komischer, äh... Ureinwohner. Ich baller alles weg. Zack. Das war auf jeden Fall Tomb Raider. Ja, GDA dasselbe. Deswegen verstehe ich nicht, wieso die Leute bei Pokémon immer so rumhaten. Schieder hier, Schieder da, Schieder bla bla bla. Ähm... Wenn es um die GBL geht, kann ich das verstehen. Wenn jetzt welche gezielt sich die, ähm... Äh... Die Pokémon suchen. In Hyper- und Superliga mit den entsprechenden Angriffswerden. Dass die ein Level höher kommen und dann abgehen. Kann ich nachvollziehen, aber... Weiß ich nicht. Spooft man, wenn man richtig Spoofer ist, spooft man dann, um in der GBL was zu reißen? Oder spooft man einfach, um jedes Pokémon vielleicht als Hunderter zu haben? Oder jedes Shiny zu bekommen? Hat man vielleicht ganz andere Ziele? Ich glaube, die wenigsten spoofen jetzt dafür, dass sie in der GBL gute Karten haben. So, bei Rihonjo habe ich jetzt hier irgendwie alles rausgeballert, weil ich gar nicht mehr klarkomme, was ich überhaupt mache. Ihr seht, der Gegner ist aber da. Der hat nämlich schon ein Schild benutzt. Ich habe jetzt zwei Schilde rausgehauen, weil der hat einfach mein armes kleines Toggekiss hier weggerust. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, haut er den ja auch noch weg, wo ich gar nicht weiß, wie ich klarkomme. Obwohl, hätte ich jetzt die Jager reingeholt. Ich habe mit dem Jager auch noch gar nichts gemacht. Der hat ja jetzt, glaube ich, keine Bodenattacken, der hat Gesteinsattacken. Deswegen war der wohl gegen unser... ähm... gegen unser Toggekiss auch so gut unterwegs. Selbst wenn ihr Machomai drin habt und denkt, oh mein Gott, das Toggekiss bringt das Machomai um, Machomai überrascht dann mit Steinhagel. ist das immer ein Überraschungsmoment. Jetzt hat er hier wieder seinen Dragoran. Jetzt könnte man natürlich das Toggekiss erneut reinholen, weil das ja so gut Schaden macht. Und kommen wieder nicht dazu, das Dialga reinzuholen. Das ist aber eigentlich ein gutes Zeigen, weil theoretisch ist Dialga das stärkste Pokémon, was ich auf der Hand habe. Und wenn ich die Sachen gewinne, ohne das einzusetzen, bin ich guter Dinge, dass ich hier alle fünf Matches für mich entscheide. Dragoran auch ein Teil, was eigentlich aktive Spieler mittlerweile viele auf Level 50 haben könnten oder müssten, war ja auch dieses, sagen wir mal, Drachen-Event, ja. Wo man eben überall Dratini hat sitzen gehabt, an jeder Ecke. Quaxo kann bestimmt auch Erdbeben oder irgendwas. Das heißt, wir lassen mal hier den so drin, denn wenn der hier mit Erde angreifen würde, das wäre, glaube ich, für das Dialga trotzdem nicht so schön. Ansonsten ist der was? Eigentlich Wasser. Sieht zwar aus wie Pflanze, ich glaube, der ist Wasser. Ne, oben müssten ja die Sachen eigentlich dran stehen. Meteorologe, aber ich nochmal, der ist nur Typ Wasser? Ja, klar. Ist grün, Frosch, Wasser. Farbe hat nichts zu sagen über das Element. Wir hauen jetzt mal kurz noch hier so drauf und dann so. Der kann aber seine Attacke voll machen. Er ist weg. Wir haben wieder das Dialga nicht eingesetzt, aber ein 2 zu 0 rausgeholt. Junge, Junge. Hab ich gehört, Schilling Plus wurde eingestellt. Also Schilling macht keine PvP-Videos mehr. Das ist dann Zeit für Ramses Minus, einzusteigen ins Biss und einfach mal alles mitzunehmen. Obwohl ich keine Ahnung hab von GBL, ich hab keine Ahnung von irgendwas, den Elementen, den Attacken, Taktik, sonst was, Typ Effektivität. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wenn der Gegner irgendwas hat und ich erstmal denke, boah, was ist das jetzt nochmal? Was kann das? Oder mit was hat das zu tun? Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, was machen wir jetzt hiermit? Er setzt ein Mammutel, ja. Boah, kommen wir hier zum Flammenwurf? Ich glaube, ich müsste meinen Togekiss ein bisschen safen. Holen wir das Dialga jetzt mal rein und kämpfen damit. Aber das ist Eis, Eis, Drache. Holen wir was anderes? Ich weiß es nicht. Lassen wir das drin? Wieso mache ich jetzt mehr Schaden als eben? Das ergibt für mich alles keinen Sinn. Ich glaube, wir lassen, ich glaube, wir lassen das Togekiss einfach so drin, wie es ist. Weil wenn es so weitergeht, hat das das Mammutel weggehauen. Nehmen wir unser zweites Schild. Bei ihm brauchen wir gar keinen Move mehr machen. Der wird auch gleich so umfallen. Er hat dann noch ein Schild übrig. Eis ist halt immer gut. Eis ist gegen alles gut. Eis müsste gegen alle drei Pokémon von mir effektiv sein. Deswegen sehr schön, dass wir das Mammutel weghaben. Mammutel oder Mammutel? Mammutel. Haben auch viele Leute natürlich am Start kämpfen damit, weil eben viele Leute Drachen haben oder irgendwas Fliegendes. Bodyslam, okay. Ging jetzt durch. Aber haut mich jetzt noch nicht vom Sockel. Ich würde als nächstes wahrscheinlich dann trotzdem das Giratina erst reinholen, weil das Giratina einfach viel schneller seine Moves voll hat. Und dann sein letztes Schild noch rausholen kann. Das heißt, wir halten das Dialga weiterhin zurück. Okay, das war scheiße. Nicht sehr effektiv. Okay, dann hau mich jetzt mal weg. Na, ich glaube, ich muss wechseln. Er ist effektiv gegen uns, wir nicht gegen ihn. Das sage ich ja. Jeder hätte das gewusst. Der Ramses weiß es halt nicht, weil der Ramses weiß gar nichts. Obwohl, auf der anderen Seite das zieht ja sozusagen eh nichts ab von ihm, was er da macht. Also hier auch das Kraftkoloss macht auch nichts. Jetzt weiß ich nicht, was er drin hat. Wir sind jetzt hier mit Drache unterwegs. Den wollte ich eigentlich auf das Relaxo prügeln. Drachenpuls. Impergator. Vielleicht noch ein Spukball drauf. Wenn es dazu kommt, weiß ich nicht. Er müsste jetzt eigentlich mal mit Aquahobitze punkten. Hat er überhaupt Aquahobitze? Impergator habe ich glaube ich auch noch nie gesehen in der Meisterliga. Jetzt hat er sein Schild eingesetzt. Jetzt setzt er bestimmt auch gleich seinen Angriff ein. Theoretisch hätte ich nach seinem Schild wechseln können. Dann hätte sein Angriff mein volles Dialga getroffen. Aber gut, wenn er das mit Eisstrahl getroffen hätte, wäre auch nicht so lustig. Also kommen wir jetzt an mit dem Dialga. Endlich ist es da. Dialga gegen Relaxo. Hau mal ein bisschen drauf und es ist weg. Relaxo mit Kraftkoloss wäre natürlich effektiv gegen die Dialga. Kampf gegen Stahl, ja. Also das heißt, mit dem Relaxo hätte er dem Dialga ordentlich Schaden hinzufügen können. Wo mir gerade auffällt, Relaxo könnte ich theoretisch auch auf 50 pushen. Aber ich weiß ich nicht. Ich habe bisher noch nie mit Relaxo in der GBL gezockt. Wäre dann ja auch nur sinnvoll in der Meisterliga. Aber in der Meisterliga habe ich ja dieses Team. Also brauche ich das ja nicht extra für die Meisterliga auf 50 pushen, wenn ich es eh nicht einsetze. 100er? BestBuddy auf 50? Das ist bestimmt eine gute Sache. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir wechseln jetzt mal hier auf unser Giratina, weil das Giratina ja schön Schaden macht. Dann denke ich, wechselt er aber auch raus. Oder wechselt er nicht? Wir sehen es gleich. Noch wechselt er nicht? Was kann der? Ich weiß es nicht. Wir lassen es mal durch. Sternenhieb. Okay. Wir kommen hier mit Geist. Spukball. Ich denke mal, er wehrt ab. Wehrt er ab, wehrt er nicht ab und er wird... Ne. Oh, er wehrt nicht, aber er ist tot. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Jetzt hat er hier Mewtwo am Start. Da ein Spukball wäre auch nett, wenn wir dazu kommen. Wir kommen dazu. Wie geht es denn weiter? Toggekiss wieder? Wieder mal? Dialga, Dialga, Dialga. Nein, wir nehmen Toggekiss. So, komm mal her, Toggekiss. Zeig mal, was du kannst. Du hast ja noch ein Schild. Er hat auch noch ein Schild. Ich habe aber noch eins mehr. Das dürfte mir den Arsch retten gerade. Psycho-Stoß. Bäm. Zieht gut ab. Das zieht auch gut ab. Gleich ist er weg. Ich glaube, da bräuchte ich nicht mal einen, äh... einen Charge-Move. Ich... Ne, setze das zweite Schild ein, lade meine Attacke voll. Wir hauen das einfach mit den Quick-Moves weg und nehmen die Moves mit zum nächsten, zum letzten. Vielleicht macht das da gut Schaden. Je nachdem, was er da hat. Kyokre. Na gut. Da wäre es jetzt gut, wenn das Dialga Donner hätte. Hat es aber nicht. Wasser ist, glaube ich, aber gut gegen mich. Der hat hier nichts eingesetzt. Der tut jetzt bestimmt seine Moves versuchen voll zu machen. Wir setzen ihm trotzdem gut entgegen. Er nimmt... Jetzt nimmt er seinen Move. Er hat bestimmt zweimal den Surfer voll jetzt. Nimm den nächsten Surfer noch mit. Ich bin tot und dann macht er bestimmt einen Surfer auf meinen Dialga. Ich muss nur ein bisschen angreifen. Surfer. Surfer wird er da nicht viel ausrichten. Das werde ich auf jeden Fall überleben. So. Er hat zwar ein Schild, aber er kommt gar nichts dazu, das Schild einzusetzen, weil er tot ist. Sieht also gut aus. Nehmen wir weg. Das ist so hell und überlichtet hier. Das ist, wenn man was Dunkles anhat. Man darf nichts Dunkles anziehen. Man muss immer was Helles anziehen, damit die Belichtung besser passt, damit das hier besser aussieht. Sonst sieht man immer so extrem käsig aus. Wir haben jetzt, glaube ich, noch ein Match übrig. Und ihr habt gesehen, die Jalga kamen zum Einsatz. Und das war bisher noch nie brenzlig, weil die Jalga bisher jede Situation gerettet hat. Ob das so funktioniert? Vielleicht sollte ich nach der Runde noch eine Runde dranhängen. Denn in der Hyperliga war es meistens so, du zockst und hast dann vielleicht, oh, er hat gewechselt auf Metagross. Das heißt, wir wechseln auch direkt hier auf unser Giratina. Das ist sehr schön. Da haben wir wieder den Wechselvorteil. Das lassen wir durch. In der Hyperliga hatte ich meistens, wenn ich fünf Kämpfe gemacht habe, zwei von fünf gewonnen. Ab und zu auch mal drei von fünf. Aber es war immer so ein Hin und Her und es war meistens so knapp. Hier, das ist, das geht jetzt durch wie Butter. Macht so auf jeden Fall mehr Spaß, bis man da hinkommt, wo die krassen Leute sind und dann macht es wieder keinen Spaß mehr. So, das schilden wir einmal ab. Er hat auch einmal abgeschildert, aber vielleicht können wir den nächsten Move noch mitnehmen. Und können ihn weiter mit den mit den Quick Moves runterbatchen. Der ist auf jeden Fall weg. Wir setzen direkt mal den Spukball ein, egal was da kommt. Einfach nur Spukball gegen Machomai. Okay. Schildert er? Schildert er nicht? Ich denke mal, er schildert. Ja, er wird schilden. Ansonsten tut sich hier nicht viel. Schilden wir halt auch mal und nehmen den einen Spukball noch aufs Machomai drauf. Wieso denn nicht? Ich habe jetzt, glaube ich, eh schon gedrückt, weil der eher voll ist. Ich bin immer so einer, der halt fix seine Moves noch raushauen will. Jetzt, dass die Jalga reinholen, wäre natürlich fatal, weil der mit seinem Machomai da gut Schaden macht. Der ist wieder weg. Das heißt, wir holen sowieso unser Toggekiss, weil das eben gut gegen Machomai und auch gegen Knackrack ist. Einmal hier reingesetzt, sehr effektiv. Keiner hat Schilde. Er hat jetzt, glaube ich, sicherlich hier, was macht er denn? Boden. Boden. Ne, Wutanfall. Wo ist die Siede-Attacke? Bruder, wo ist die Siede-Attacke? Jeder macht doch Siede-Attacke. Wer hat da schon Wutanfall drauf? Obwohl Wutanfall wahrscheinlich jetzt ihm auch nichts bringen würde. Ach, die Boden-Attacke meine ich. Wir fliegen einfach hinweg, was wahrscheinlich totaler Schwachsinn ist, aber es reicht und deswegen nehmt halt das, bevor ihr wartet, bis das nächste Ding noch voll ist. Wir mussten das Dialga wieder nicht einsetzen. Wir sind wieder mit zwei Pokémon durchgekommen. So macht GBL Spaß. Ich glaube, ich darf nur noch spielen, wenn die Meisterliga ist. Damit ich dann irgendwann 100 Siege und 0 Niederlagen habe. Und immer sobald ich Super- und Hüberspiele, kommen dann einfach 300 Loses hinzu, ohne einen Sieg. Also das ist Kacke. Deswegen. Lass den Rest einfach weg. Wir gucken mal, was wir jetzt hier haben. Da ist ein Panzer-Aeron am Start. Häng dich auf, mein Freund. So, großartig. Können wir kurz mal fangen, die fünf Stück. Können die dann auch mal bewerten. Reicht es, eine Folge mit 20 Minuten zu machen? Eigentlich schon. Obwohl viele sagen, ah, wenn es eine Stunde geht, mir egal, ich gucke da gerne zu. Das lasse ich nebenbei so laufen. Da kriege ich zwar nichts mit, aber trotzdem, das läuft nebenbei. Hey, das sieht doch mal gut aus von der Verteilung. So muss eine Verteilung aussehen, aber ist ja eh dann eher ein Superliga-Pokémon. Brauche ich also nicht. Superliga kacke ich eh mal ab. Ich finde eigentlich Meisterliga, beste Hyperliga ist okay und Superliga ist mir zu, 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 zu. Ja, wenn ich immer gucke, jedes Season sind andere Pokémon wieder aufgetreten, andere Attacken da, anderes Zeug und du musst jedes Mal wieder komplett ein neues Team machen, gefühlt. Jedes Mal pushst du wieder, jedes Mal würfelst du wieder Attacken dahin. das ist jedes Mal so nervig, dass du dann so viele SSS-Pokémon hast für die Superliga, dass du gar nicht mehr durchblickst. Meisterliga weiß ich, ach, ich habe das Team, die drei und dann passt das und dann mache ich das halt immer. Dadurch weiß natürlich jeder, mit was ich spiele, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal auf jemanden aus der Community treffe in GBL. So, ich habe, glaube ich, noch nie gegen jemanden gekämpft, den ich kenne. Das gibt so viele Spieler auf der ganzen Welt, es muss ein Zufall sein, wenn plötzlich hier Benny auftaucht oder Biala oder Sören oder keine Ahnung, Thomas, Genaya, Sarina, Paula, Jojo, Schäffe, Aluhut, das habe ich noch nie gesehen, 1, 2, 3, Kid, Julian Eisenstein, ja, also die kämpfen so gegen einen, okay, aber 96er, ja, braucht man auch nicht, das eine habe ich sogar vergessen, zu bewerten, das Toxikack, aber da ist ja noch ein Toxikack, jetzt wissen wir die WP, aber nicht mehr von dem letzten, sonst hätten wir gucken können, wenn das höher ist, dann ist das andere schlechter und dann reicht es, wenn wir das bewerten. Ich höre, wie der Ball sich bewegt, aber er bewegt sich nicht. Da haben sie sich einfach die Animation gespart, denken sich, nö, das müssen wir jetzt ja nicht zeigen. So, 15, 13, 10, oder so, drücken mal hier drauf, Rang 20, Verwertung, 2021, fast 10.000 Staub, okay, Dankeschön. Wir gucken noch mal hier rein, ans Toxikack, das andere, ja, das ist viel, viel schlechter, 13, 81, die sind ja alle auf dem gleichen Level, die sind ja alle Level 15, das ist, wie wenn ihr ein Raid-Pokémon zieht, je höher WP, desto besser, weil alle das gleiche Level haben. Wild ist das wieder was ganz anderes. Wild kann es sein, ein WP-10er hat eine bessere IV als ein WP-1000, weil das einfach ein anderes Level hat und auf jedem Level wieder irgendwas anders ist. Admiral, näher mal. Jo, ich warte eigentlich noch drauf, dass ein weiterer 5er-Raid aufgeht. Ich glaube, ich werde mich jetzt ein bisschen aufs Sofa hauen, werde noch ein paar Runden GBL zocken, mal gucken, wie weit ich komme. Aber ich muss sagen, die Alga, so selten es drankommt, es macht einfach unglaublich Spaß, damit zu zocken und wenn dann irgendwann Giratina auch noch auf 50 ist, werde ich nur noch PvP-Videos machen, immer nur in der Meisterliga, immer nur mit dem gleichen Team, immer nur denselben Ablauf, immer nur bam, 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 bam. Also GBL macht wieder Spaß. Jetzt. 323 Euro hat es mich gekostet, dieses Dialga zu bekommen. Mal gucken, wie viel es dann bei Giratina wäre, wenn das Giratina dann irgendwann mal wieder reinkommt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ziel also geschafft. 5 Kämpfe, 5 Siege, neues Pokémon, 100er Dialga. Dialga räumt ab, ohne wirklich dabei zu sein. Welches Team spielt ihr in der Meisterliga? Schreibt es mal rein. Das war es von meiner Seite aus. Peace out, und vorhaut euer Ramses.